Jo Leute, was geht's? Willkommen zurück zu Skull & Bones und heute geht's um die Regatta. Das Event, wo man gegen die Zeit ein Rennen fährt auf See, wo ich erst gedacht hab, oh geiles Event, geile Idee. Aber seit Woche 2 und jetzt auch mit Woche 3 des Ereignisses bin ich unfassbar, unfassbar salzig. Also wo ich in der ersten Woche noch gesagt hab, okay, alles supi, die Strecke ist zwar doof mit Gegenwind und du hast Gegner und es ist natürlich nicht vergleichbar. Der eine hat besseren Gegenwind, der andere hat weniger Gegenwind, der eine hat die ganze Zeit nur Rückenwind. Alles okay. In Woche 2 dachte ich mich schon, okay, da haben sie richtig reingeschissen. Ihr erinnert euch, in Woche 2 in Afrika, das war durch die Flüsse hindurch, da, ich blende mal ein Bild ein, gab es niemanden auf der ganzen Welt, der unter 6 Minuten war und ihr erinnert euch, im Kaperbrief gibt es eine Aufgabe, ey, schaff die Herausforderung diese Woche unter 6 Minuten, beziehungsweise in, so dass du mehr als 4 Minuten Restzeit hast, das heißt in weniger als 6 Minuten abschließen. Und das gleiche, diese Woche wieder in Indien und es macht mich so sauer, dass so ein geiles Event so unfassbar schlecht umgesetzt wird, dass man eine Mission reinmacht in den Kaperbrief, den man überhaupt gar nicht schaffen kann. Selbst wenn du der beste Spieler der Welt bist, mit 100% Rückenwind, Glitchsheet und mit der Brigantine, ist es rein rechnerisch nicht möglich. Außerdem soll es wohl aktuell auch immer noch einen Bug geben, dass der Wassertank, der der Brigantine ja eigentlich 2 Knoten geben sollte bei 20 Knoten, nicht funktioniert und das kostet dann auch noch Zeit. Aber selbst mit 100% Rückenwind, und ihr wisst alle, das ist niemals möglich, selbst mit 100% Rückenwind, die ganze Zeit ist es rein rechnerisch, von der Strecke her nicht möglich, das Ganze in 6 Minuten zu schaffen. Und ich frage mich, also wenn man sowas macht, Ubisoft, dann muss man doch irgendwie sich da Gedanken auch zu machen. Also ich klatsche nicht irgendwelche Zahlen rein und denke darüber nicht nach. Wie kann man denn, ich muss mal eben hin, damit ihr die Strecke seht, wenn ihr die Strecke allein schon seht, werdet ihr sehen, wie soll man das überhaupt in 6 Minuten schaffen? Selbst mit einem Speedboat schafft man das nicht so gefühlt. Es ist wirklich, wirklich einfach wahnsinnig. Es macht mich richtig, richtig sauer, dass so ein cooles System, so eine coole Idee, so unfassbar schlecht umgesetzt wurde. Weil es eben nicht nur der Gegenwind ist, es ist nicht nur, dass Gegner auf der Strecke, auf der Welt rumfahren. Es ist nicht nur, dass natürlich auch andere Leute in der Welt dich aufhalten können. Es ist einfach zudem auch noch richtig schlecht umgesetzt. Überhaupt nicht vergleichbar. Und eine Sache, die ganz, ganz bad ist, meiner Meinung nach, ist auch, wenn ihr das Ganze hier angenommen habt und dann sich das Ganze, hier ist übrigens die Strecke, so das hier in 6 Minuten, da frage ich mich, wie man das überhaupt schaffen soll. Also da müsste ich ein Speedboat für haben, um das schaffen zu können. Aber unabhängig davon, wenn das Ganze gestartet ist, habt ihr keine Möglichkeit, euch zurückzusetzen, um sofort nochmal zu starten. Erstmal dauert das Ding ja mindestens immer 6 Minuten, weil das ist ja so das Schnellste, was man schaffen kann. 6 Minuten für einen Try. Und dann hast du, wenn du irgendwo in der Mitte bist, sagen wir mal, du bist irgendwo hier, mitten im Nirgendwo auf dem Weg dahin und hast gerade übelst Gegenwind und sagst dir, okay, ich kann abbrechen, das schaffe ich niemals unter 6 Minuten. Dann kannst du nicht von dort aus einfach sagen, okay, ich setze das Ganze zurück. Was ihr machen müsst, ist, hier unten hinzugehen, dann sagen, ey, Abbruch, dann könnt ihr das abbrechen und dann müsst ihr euch wieder hierhin porten, für Silber, wieder hierhin fahren und wieder das Ganze starten. Also das ist so die Kirsche auf der Sahnetorte. Also ich frage mich manchmal, ob es irgendwie möglich wäre, das Ganze noch schlechter reinzuprogrammieren, als sie es getan haben. Weil noch schlechter geht es nicht. Du kannst ihn nicht zurücksetzen. Du hast keinen Vergleich mit einem Geist. Gegenwind. Wind ist jederzeit anders. Der Bug mit dem Wasser auf der Brigantine und die Zeiten im Kapperbrief, die vorausgesetzt sind, die niemand schafft, weder in Woche 2 noch in Woche 3. Also ich frage mich wirklich, wie man so ein cooles, was wirklich eine coole Idee ist, sei mal ehrlich, wenn es sowas gäbe wie A, man portet von hier aus auf einen anderen Server, mit abgesteckten Strecken, nicht wo man selber überall rumfahren kann. Und dort, genau auf dieser Strecke, wenn man auf dieser Strecke bleibt, ist auch der Wind immer gleich. Dann kann man es viel, viel besser miteinander vergleichen. Vielleicht mit dem Geist, dass du auch siehst, ey, wie bin ich vorher gefahren. Mit zurücksetzen deines Schiffes und wenn du diese Strecke verlässt oder diesen Bereich hier verlässt, bricht das Ganze ab und du kommst wieder in deine Welt rein mit Gegnern, mit allem Pipapo. Aber so wie es jetzt ist, also ich weiß nicht, das ist so ein cooles, so eine coole Idee, die so unfassbar, unfassbar schlecht umgesetzt wurde. Dann kommt noch dazu, dass sie am Anfang gedacht haben, vor zwei Wochen, ey, lass uns doch so einen goldenen Lemur machen, der nur die Top 100 der Welt bekommt. Ich bin Platz 3.800 mit einem Level 6er Schiff. Also einem Kingpin Endbild Schiff. Natürlich habe ich mir jetzt nicht übelst viele, ich habe das nicht oft versucht und mir mega viel Arbeit gemacht, aber ey, ich bin auch jetzt nicht ultra schlecht gefahren. Aber bin Platz 3.800. Und jetzt kam sie auf die Idee, okay, vielleicht war das vielleicht nicht so eine gute Idee, sowas für nur die Top 100 zu machen. Lass uns das für die Top 15.000 machen. Wie kommt man denn von Top 100 auf Top 15.000? Also das muss man ja auch mal erklären. Also hätten die jetzt gesagt, okay, Top 1000, wir verzehnfachen das Ganze, aber auf 15.000, also, ja, bei aller Liebe, das ist so ein cooles System, so cool implementiert, aber wie es dann am Ende umgesetzt wurde, also viel schlechter, geht es echt nicht. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Ich weiß, dass viele hier auch richtig rein grinden und selbst die, die richtig rein grinden, schaffen nicht diese 6 Minuten. Also es ist wirklich, ja, ich weiß auch nicht, mir fehlen so ein bisschen die Worte, was sich Ubisoft dabei wieder gedacht hat. Wenn ihr nichts von Skull & Bones verpassen wollt, bald gibt es ja wieder neue Events, dann gerne ein Follow dalassen. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Like auf die Video freuen und ganz, ganz wichtig, wirklich, also sagt mir mal eure Meinung zu diesen Regattern. Ich finde nämlich die Idee an sich gut, nur die Umsetzung, also da hapert es an allen Ecken und Ändern. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal Leute, haut rein.